Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Wärme ausstehen, die zum Wohlfühlen einlädt. Gemäß diesem Motto überzeugt das traditionelle Unternehmen Ertel Naturstein in Sulzbach-Rosenberg mit einem exzellenten Angebot. Egal ob Schnitt, Schliff oder Politur. Hier werden Natursteine und Mineralien ganz nach ihren Vorstellungen in Form gebracht und veredelt. Von Infrarotheizungen über Indoor- und Outdoor-Möbel bis hin zu Heizsystemen für Tiergehege erwartet Auftraggeber eine hochwertige Ausführung und ein reibungsloser Ablauf. Die Produkte werden vor Ort mit Rohstoffen von ausgezeichneter Qualität entwickelt und mit Maschinen, die stets auf dem neuesten Stand der Technik sind, bearbeitet, bevor sie deutschlandweit ausgeliefert werden. Zahlreiche Kunden sind von der langjährigen Erfahrung des Teams begeistert. Um dieses noch zu erweitern, ist man immerzu auf der Suche nach Verstärkung. Bewerben Sie sich jetzt! Ertel Naturstein – eine klare Empfehlung der FirmenTV-Redaktion.